hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von da gehen wir jetzt wieder hin würde ich sagen beziehungsweise geht erstmal ins lager ich hatte zwar ursprünglich vor jetzt nachdem wir die brücke da so mehr oder weniger fertig haben warum habe ich hier kein minecraft sound was ist das denn würde würde warten wird moment das ist aber da ist was falsch so jetzt müsste jawohl minecraft raketentechnik kann man ja sagen passiert manchmal ich weiß auch nicht warum doch ich weiß schon warum aber wann es passiert weil ich so warum es passiert weiß ich nicht und zwar wenn ich die lautsprecher noch eingeschaltet habe wenn ich meine kraft starte und dann die lautsprecher abschalte also umschalte auf kopfhörer dann passiert das hier irgendwie kommt mein kraft mit so einem umschalten nicht klappt ich weiß nicht warum na gut alles geregelt passt was hatte ich jetzt hatte ich gerade schon irgendwann erzählt nur eigentlich nicht ich glaube nicht ich weiß es nicht an und für sich hätten wir jetzt den bauernhof noch in der agenda der ist der ist auch noch in agenda keine frage aber ich möchte doch zum zum steinbruch wieder hin alter okay wir haben da so ein bisschen was in der tasche weg 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 ja 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 ich weiß nicht aber ja keine ahnung warum haben wir einfach mal noch in der tasche ich habe keine ahnung dabei so zum opfer da brauchen weil ich nicht dass hier immer brauchen da möchte ich nämlich jetzt dran zumindest mal gucken die tun wir einfach auch weil sich nämlich nicht und den dabei wir brauchen wir brauchen redstone wir brauchen trichter 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 müssen noch in der schmiede jetzt brauchen wir ein piston weiß ich nicht ich glaube nicht die könnten wir eventuell brauchen lassen wir aber mal auf später weil ich weiß nicht ob wir überhaupt soweit jetzt kommen comparator und sowas brauchen wir haben wir aber nicht also müssen wir quaz mitnehmen ich weiß jetzt nicht machen wir auch mal sack ich bin mir da nicht so ganz sicher redstone kriegen wir nicht doch kriegen wir alles angezeigt davon werden wir bestimmt einen brauchen clean stone und dingens jawohl auch mal erst mal so so viel wollte ich nicht aber egal weiß ich nicht wie viel ich mach mal zwei oder kommen auch mal fünf und den brauchen war warum das ging das ging nicht war warum nicht warum warum ach so wir haben die fackeln eventuell nicht mehr ne ja nur eine hat man dann noch mal so sind wir machen wir das sind zu viele aber sogar und haben wir das alles in der tasche hat er den quaz nicht den brauchen auf jeden fall nicht mehr gold für schienen und die schienen die schienen sind im haus die wir haben die sind hier okay ich dachte werden im haus noch mal zwei stext davon mit sind sogar noch welche übrig die goldenen die antriebsschienen wie wie heißen die auch da sind sie ha ha brauchen wir also gold für und auch redstone und sticks okay ganz so viel brauchen aber nicht glaube ich hoffe ich denke ich ich habe keine ahnung aber immer nehme ich jetzt zur sicherheit mal zwei mit theoretisch brauchen wir nur einen aber falls ich da irgendwas verbocken falls die norma mit die weiß ich nicht kommen die nehmen wir auch mal mit ein bisschen holz noch ein bisschen holz ich glaube wir nehmen dunkles fall zwar an etwas rangehen was ich jetzt noch nicht unbedingt denke nehmen wir stein kriegen wir von alleine irgendetwas noch vergessen ich bin mir sicher ich habe noch irgendwas vergessen trichter können wir aus dem eisen machen wird wir in der tasche haben beziehungsweise können wir jetzt an der schmiede noch machen werden wir gold holen gebe alles hin bin ich mit ziemlich sicher ich möchte jetzt einfach mal was mit dem dem da geplant ist wirst du ja schon auch da ist eine kiste drin das möchte ich jetzt einfach mal bauen obwohl ich noch nicht so hundertprozentig weiß wie das am endeffekt aussehen soll aber einfach muss der runter sein zum aus sein so sah an ja der muss runter sein wie viel kohle haben wir jetzt schon verblasen umsonst verdammt wann habe ich stehen denn angelassen hat man hier noch 35 das ist nicht so viel haben wir ich meine es wird jetzt reichen aber da das ding ebrennt zack einigen gotts haben wir auch nicht mehr so viel aber da sind noch eventuell noch welche draußen drinnen ach du schreck da habe ich ja gar nicht mehr daran gedacht ja verdammt wie viel ist denn noch drin auch da ist schon gold drin das ist jetzt aber ein bisschen ein bisschen ein bisschen doof kann man aus denen außer die steine noch was machen da kommt dann machen wir dann machen wir die steine daraus da ich glaube da ist nämlich ein bisschen platz sparen da glaube ich oder ja da habe ich keine mehr daran gedacht dass da noch so viel drin ist ok haben halt noch was zu tun du 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 ab ja zack hallo zack bromenet aber ja haben wir halt jetzt die schienen die schienen die goldenen entschieden sind diesen da und diesen da das wird jetzt nicht klappen toll so das wird auf jeden fall reichen auch richtig und wir brauchen noch sticks die nicht gut dass ich schon wieder nicht mehr weiß doch war richtig 42 das sind viel zu viel glaube ich aber egal so erschienen trichter trichter wir wollten trichter deswegen deswegen noch mal hier dran können wir die zwei kisten für nehmen kommen wir mit zwei trichtern hin ich glaube nicht ich glaube nicht ich wollte kisten 4 das könnte schon eher hinhauen außerdem brauchen wir so was könnten wir notfalls noch drei trichter bauen falls wir sie brauchen pop pop das können wir wieder weg packen noch was hier raus weg wie wo es keine ahnung ja es ist dunkel na so war ganz alter da muss ich mich doch an gewöhnen dass er diese glänzende rüstung umsteht ok wenn man meiner schmiede und dann geht's morgen noch mal zum steinbruch dann geht's und dann geht's